Ja, mit dem Thema der Markttechnik befasse ich mich eigentlich schon zu Beginn an meiner Trading-Karriere seit Ende der 90er Jahre. Ich habe relativ früh festgestellt, dass Trends häufig gleich verlaufen und dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ein Trend sich fortsetzt, als dass er zusammenfällt. Der große Vorteil bei der Anwendung der Markttechnik liegt daran, dass wir uns heutzutage von dem Computer sehr viel helfen lassen können, weil wir die Trendfortsetzung ja in gewisser Maßen vorausahnen können und wir hierdurch starke Hilfe über entsprechende Software bekommen können. Ja, und zusätzlich zu dem rein technischen Screening-Prozess lege ich auch noch großen Wert darauf, auf die aktuelle Wirtschafts- und Börsenlage zu achten, weil nicht jede Börsenphase ist für das Screening geeignet. Das heißt, da gibt es dann Anpassungen und worauf ich ebenfalls noch Wert lege, ist das Trendalter und mit fortschreitendem Trend wird die Gefahr halt größer, dass ein Trend irgendwann auch endet. Es bilden sich Seitwärtsphasen und diese Seitwärtsphasen früh genug zu erkennen, hilft uns die Trade-Frequenz zu reduzieren, um dann im Nachgang von neu gebildeten Trends auch früh genug mit in den Trend hinein zu gehen. Wenn wir als Börsenhändler zusätzlich zu unserem Auswahlprozess auch noch die Macht der institutionellen Investoren ins Boot holen, können wir daraus ziemliche Trendstärke generieren. Das heißt, überall dort, wo die institutionellen großen Investoren mit an Bord sind, werden Spuren hinterlassen, die wir private Träger in den Charts halt auch lesen können. Und durch den Auswahlprozess solcher Werte können wir unsere Chancen auf starke Trends deutlich erhöhen. Der sehr, sehr große Vorteil für uns Anwender des Markttechnik-Pro-Paketes ist natürlich der immense Zeitvorteil. In den Zeiten ohne dieses Paket habe ich viele Stunden damit verbracht, die Märkte zu analysieren. Jetzt ist es eine Arbeit von ein paar Minuten und ich kann mich fokussieren auf eine Handvoll entsprechender Titel mit meinen Handelssignalen. Ich kann die Emotionen dadurch außen vorlassen, weil ich nicht mehr nachdenken muss, zu welcher Titel jetzt in Frage kommt. Und ich sehe auch auf den ersten Blick, dass alle drei Zeiteinheiten in die gleiche Richtung laufen, was ein starker Vorteil ist. Als erfahrener Coach habe ich schon vielen Börsenhändlern geholfen, ihr Trading deutlich zu verbessern und profitabel zu gestalten. Und ich freue mich darauf, in diesem Workshop gemeinsam mit Ihnen die richtigen Dinge zu beleuchten und auch Ihr Trading in die richtige Richtung zu bewegen. Ich freue mich hier auf diecourse bei Ihnen.